Musik Schleswig-Holstein ist das nördlichste Bundesland Deutschlands und das einzige zwischen zwei Meeren, Nordsee und Ostsee. Die Vielfalt der Strände ist überwältigend und garantiert einen abwechslungsreichen Urlaub am Wasser. Dazu das einzigartige Wattenmeer und Städte, die ihre ganz eigenen Geschichten erzählen. Geschichten der Seefahrt, aber auch der Verbundenheit zu den Menschen in den Niederlanden und Dänemark, die bis heute anhält. Zur jüngeren Geschichte des Landes zählt untrennbar der Golfsport. Denn im Verhältnis zur Fläche gibt es hier die meisten Golfplätze Deutschlands. Acht davon stellen wir vor. Wir beginnen unsere Reise durch Schleswig-Holstein an der Nordseeküste. Büsum ist seit dem 19. Jahrhundert Seebad, seit 1949 sogar See-Heilbad und sehr modern. Denn in der Familienlagune Perlebucht gibt es alles, was großen und kleinen Gästen aktuell Spaß macht. Hinzu kommt, dass bei Büsum das Wattenmeer besonders schön ist. Und am Wattenmeer beginnt auch der Golfplatz von Büsum-Dittmarschen, gleich hinterm Deich. Der Platz liegt unter dem Meeresspiegel. Vor 50 Jahren herrschten hier noch Ebbe und Flut. Deswegen sind Priele und naturbelassene Wasserhindernisse auch ständige Begleiter auf dem 18-Loch-Kurs. Der Platz ist zwar sehr eben, aber durch den stetig wehenden Wind gar nicht so leicht zu spielen. Beeindruckend die Vielfalt der Fauna, die durch das Naturschutzgebiet Wördener Loch befördert wird. Von dort kommen immer wieder auch Wilde Konigs, eine osteuropäische Ponyrasse, zu den Wasserstellen des Kurses. Zusammen mit den Schafen machen sie sich um die Pflege des Geländes verdient. Auf unserer Runde begegnen wir aber auch vielen anderen Tieren, die sich hier sichtlich wohlfühlen. Etwas nördlich von Büsum und ein Stück von der Küste entfernt liegt eine der kleinsten Städte Deutschlands. Friedrichstadt ist benannt nach Herzog Friedrich III., der holländischen Bürgern Religionsfreiheit versprach, wenn sie ihm dafür eine Stadt errichteten. Und so entstand vor 400 Jahren ein Kleinod, das sehr an Amsterdam erinnert. Inklusive Grachten, die man auch auf eigene Faust befahren kann. 30 Kilometer westlich von Friedrichstadt erstreckt sich der Strand von St. Peter-Ording, leicht zu erkennen an den charakteristischen Pfahlbauten. Dazu später mehr. Vorher spielen wir eine Runde auf dem Golfkurs von St. Peter-Ording. Wie der Platz von Büsum ist auch eher direkt hinter dem Deich angelegt, immer wieder mit Blick auf den nahen Strand. Der Neunloch-Kurs des Nordsee-Golf-Clubs wurde 1971 eröffnet und ist der erste Westküsten-Golfplatz Deutschlands. Er ist ein typischer Linkskurs, wie man ihn aus Irland und Schottland kennt. Treuer Begleiter auf der Runde ist deswegen auch der Wind. Zusammen mit hohen Ruffs und vielen Naturgewässern sorgt er für große Herausforderungen. Man sollte reichlich Bälle dabei haben. Die großartige Landschaft ist wunderbar in den Platz aufgenommen. Dünengras begleitet die Fairways und die typischen nordischen Hackebuttenrosen zieren die Grüns. Da riskieren auch vorbeikommende Radfahrer gerne einen Blick. Radfahren ist eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen in St. Peter-Ording. Kilometerlang kann man gemütlich auf dem Damm dahin radeln. Wanderer finden in der Salzwiesenlandschaft der Halbinsel Eiderstedt ein ideales Terrain. Beliebtes Ausflugsziel, der Leuchtturm Westerhefer, unverwechselbar mit seinen zwei baugleichen Häusern. Und nicht zu vergessen, der berühmte Strand von St. Peter-Ording. Seit mehr als 100 Jahren prägen die bis zu sieben Meter hohen Pfahlbauten sein Bild. In ihnen sind Umkleiden, Badeaufsicht und Restaurants untergebracht. Zwölf Kilometer Sandstrand bieten viel Raum für Aktivitäten. Und weil der Sand so kompakt ist, kann man am Strand sogar Radfahren. Wir verlassen das Festland und begeben uns noch ein Stück weiter in den Norden. Die Insel Föhr zählt zu den nordfriesischen Inseln und ist die größte und bevölkerungsreichte deutsche Insel ohne Landverbindung. Sie wird auch die Grüne Insel genannt, weil sie im Windschatten der Inseln Sylt und Amrum, der rauen Nordsee, weniger ausgesetzt ist. Davon profitiert auch der Golfclub Föhr im Süden. Seit 1925 kann man hier bereits Golf spielen. Er ist damit der drittälteste Club in Schleswig-Holstein. Wie so oft begann alles mit neun Loch. Nach zwei Erweiterungen wurden daraus 27 Loch, die aufgeteilt sind in drei Kurse. Angelehnt an das Club-Logo haben sie die Farben Gelb, Rot und Blau. Ursprünglich war der Platz als Parkland-Kurs angelegt. Aber Architekt Christian Althaus fand bei der ersten Erweiterung, dass zu einer Nordseeinsel ein Linkskurs gehöre. Nur gibt es auf Föhr so gut wie keine Dünen. Also wurde viel Erde bewegt, um das Ziel zu erreichen. Herausgekommen ist ein sehr natürlich wirkender Kurs. Wie es sich für einen Linkskurs gehört, weht hier auf allen Bahnen kräftiger Wind und nimmt starken Einfluss auf das Spiel. Der Platz liegt östlich von Nieblum, einem kleinen friesischen Bilderbuchdorf. Der Ort hat für seinen Schmuckenauftritt bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Imposant, die Kirche St. Johannes auch Friesendom genannt, weil sie die größte der drei Inselkirchen ist. Auf dem denkmalgeschützten Friedhof suchen wir nach den sogenannten sprechenden Grabsteinen. Auch diese Entenfamilie will den Friedhof erkunden, aber die Hürde scheint zu hoch. Wir sind inzwischen fündig geworden und ahnen, welche Bedeutung die Seefahrt, insbesondere der Walfang, bis vor 200 Jahren für die Föhrer hatte. Und was machen unsere Entchen? Sie beweisen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Unser Weg führt uns zurück auf den Golfkurs. Zu den Platzenten und vielen anderen Tierarten. Der Austernfischer scheint sich hier besonders wohl zu fühlen. Natur und Golf im besten Miteinander. Und in Schlagweite ein toller Sandstrand, der sich die ganze Südküste entlang bis in den Westen zieht. Von der Westküste aus können wir auch unser nächstes Ziel sehen. Die berühmte Urlaubsinsel Sylt, die mit dem Zug auch auf dem Landweg erreichbar ist. Sylt ist mehr als eine schöne Insel. Sylt ist ein Lebensgefühl, so sagen die Einheimischen und auch viele Touristen. Daran haben die makellosen Hellensandstrände einen großen Anteil. An ihnen war schon FKK erlaubt, als an anderer Stelle nur verschämt darüber getuschelt wurde. Der Mythos verfestigte sich, als die Promis in den 1960er und 70er Jahren medienwirksam zum Nacktbaden anreisten. Aber natürlich gibt es auf Sylt noch viel mehr, was Sylt ausmacht. Zum Beispiel vier Golfclubs. Einer davon, der Golfclub Budersand, den Leser des Golfjournal aktuell zum beliebtesten Golfplatz Deutschlands gewählt haben. Der 18-Loch-Kurs ist top gepflegt und im klassischen Linkskurs-Design angelegt. Das bedeutet viel Wind und Natur. Sylt eben. Hohe Bälle werden leicht vom Winde verweht. Denn Ball flach halten, lautet die Devise. Jede Bahn ist von Sand, Strandhafer und Heide umgeben. Das macht den Platz zu einem einzigen Dünen-Biotop. Als typischer Linkskurs hat er Topfbunker, denn aus flachen Bunkern würde der Sand ruckzuck verweht. In Budersand lauern 94 dieser Topfbunker. Direkt neben dem Golfhotel Budersand liegt der Hafen von Hörnum, in dem auch Yachten anlegen können. Näher von der eigenen Yacht zum Golfplatz geht nicht. Der Hafen ist auch Startpunkt für Schiffsausflüge zu den Seehundbänken oder zu den Nachbarinseln. Wir machen keinen Ausflug, sondern lassen den Tag auf dem Golfkurs Budersand stimmungsvoll ausklingen. Vom Süden der Insel geht es nun in ihre Mitte, zu einem Ort, der vielen Besuchern als der schönste von Sylt gilt. Das Bild von Keitum wird geprägt von den prächtigen sogenannten Kapitänshäusern. Diese 200 bis 300 Jahre alten Gebäude erinnern an die Zeit, als Sylt noch keine Urlaubsinsel war, sondern die Inselbewohner vom Walfang lebten. Die Schiffskapitäne wohnten mit ihren Familien in diesen schmucken Häusern. Keitum liegt auf der östlichen Seite von Sylt am Wattenmeer, das als erste deutsche Naturlandschaft den Status des Welterbes erhalten hat, als einzigartiges Ökosystem mit besonderer Artenvielfalt. Auf einer Fläche von einem Quadratmeter sind hier tausende von Lebewesen aktiv. Wer das nicht glaubt, sollte eine Wanderung mit einem erfahrenen Wattführer machen. Damit verlassen wir die nordfriesischen Inseln und die Nordsee und begeben uns auf die andere Seite Schleswig-Holsteins an die Ostsee. Flensburg ist nach Kiel und Lübeck die drittgrößte Stadt Schleswig-Holsteins. Ihre nördlichen Ausläufer reichen bis nahe an die dänische Grenze. Flensburg ist bekannt dafür, dass Verkehrssünder hier Punkte sammeln können. Wenig bekannt ist hingegen, dass Flensburg im 12. Jahrhundert von den Dänen gegründet wurde und auch heute noch Dänisch in der Stadt gesprochen wird. Denn erst Ende des 19. Jahrhunderts verloren sie die Hoheit über Flensburg. Vom Hafen gelangt man per Schiff über die Flensburger Förde in die Ostsee. Die Innenförde geht nach kurzer Fahrt in die Außenförde über, an deren Steilküste 1972 ein Golfplatz errichtet wurde. Der 18-Loch-Kurs des Golfclubs Glücksburg schmiegt sich in diese typisch ostschleswig-holsteinische Hügellandschaft. Die leicht gewählten Fairways laufen durch schöne alte Buchenwälder. Gut platzierte Bunker und ständig wechselnde Winde fordern die ganze Aufmerksamkeit der Spieler. Und immer wieder kann man den schönen Ausblick auf die Förde genießen. Nach Norden reicht der Blick sogar bis Dänemark. Der Club legt viel Wert auf den pfleglichen Umgang mit der Natur und besitzt den höchsten Golf- und Naturzertifizierungsstandard des Deutschen Golfverbands. Der Platz des Förde-Golfclubs Glücksburg ist wie alle Plätze in Schleswig-Holstein ganzjährig bespielbar. Das Naheschloss Glücksburg zählt zu den bedeutendsten Schlossanlagen Nordeuropas. Erbaut Ende des 16. Jahrhunderts von Herzog Johann dem Jüngeren, einem Sohn des dänischen Königs, dient das Wasserschloss heute als Museum und gibt einen Einblick in die deutsch-dänische Geschichte der Region. Von der Flensburger Förde wechseln wir nun zum langen Arm der Ostsee. So wird die Schlei genannt. Ein 42 Kilometer langer Meeresarm südlich von Flensburg, der das Hinterland mit der Ostsee verbindet. Die Breite der Schlei variiert zwischen 135 Metern und 4 Kilometern. Die durchschnittliche Wassertiefe beträgt gerade einmal drei Meter. Bootsführer sollten also wachsam sein. Auf beiden Seiten der Schlei liegen viele verträumte Ortschaften, die äußerst sehenswert sind. Eine davon ist Arnes, die kleinste Stadt Deutschlands mit etwas mehr als 300 Einwohnern. Besucher dürfen nicht mit dem Auto in die Stadt fahren. So bleibt der Ort angenehm ruhig und beschaulich. Die lange Straße, eine romantische Lindenallee, geht durch die ganze Stadt. An ihrem südlichen Ende, die Schifferkirche. Sie wird so genannt, weil in ihrem Inneren Schiffsmodelle aufgehängt sind, die im 18. und 19. Jahrhundert von Seefahrern gespendet wurden, zum Dank für ihre glückliche Heimkehr. Die Schifffahrt spielt bis heute eine wichtige Rolle in Arnes. In dem winzigen Ort gibt es sage und schreibe drei Segelclubs und vier Schiffswerften. Am Südofer der Schlei ist einer der schönsten Golfplätze Norddeutschlands entstanden. Architekt Christoph Städler hat auf tiefgreifende Erdbewegungen verzichtet und die Spielbahnen damit umweltschonend in die vorgegebene Entmoorrenenlandschaft eingebunden. Der alte Baumbestand wurde weitgehend erhalten. Und die Teiche sind sorgfältig angelegt. Die Fairways sind teilweise sehr hügelig, da ist Kondition gefragt. Dafür hat man von vielen Punkten des Platzes einen traumhaften Blick auf die Schlei. Der Golfclub an der Schlei ist ein junger Club. Er wurde 1995 gegründet. Try Golf heißt sein Motto. Golf ausprobieren und Spaß haben. Dabei steht das Gesellige im Vordergrund. Gäste wie Mitglieder, Anfänger wie Fortgeschrittene sollen sich in gleicher Weise wohlfühlen. Fährt man mit dem Schiff zurück Richtung Ostsee, gelangt man auf halber Strecke zum wohl schönsten Dorf an der Schlei. Siesebü ist berühmt für seine reetgedeckten Häuser, die romantisch umrahmt werden von duftenden Heckenrosen. Eine Besonderheit des Ortes, fast alle Häuser gehören einer Familie. Denn Mitte des 19. Jahrhunderts veräußerte ein Hamburger Kaufmann den Ort an die herzogliche Familie Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Die gleiche Familie, der das Wasserschloss Glücksburg gehört. Bei Siesebü kann man über die Lindaunisbrücke auf die andere Seite der Schlei wechseln. Die rund 100 Jahre alte Hebebrücke wird wechselweise für den Auto- bzw. Bahnverkehr freigegeben. Einmal pro Stunde wird der aufklappbare Teil außerdem geöffnet, um Schiffe durchzulassen. Die Brücke ist beliebtes Fotomotiv, ebenso wie dieses Gebäude in Lindau, das als Drehort der ehemaligen Fernsehserie Der Landarzt bekannt wurde. Heute ist es ein zauberhaftes Café. Vom kleinen Dorf Lindaunis an der Schlei reisen wir weiter in die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins. Kiel ist die nördlichste Großstadt Deutschlands und weltweit bekannt durch die jährlich stattfindende Kieler Woche. Ein Segel-Event der Superlative. Aber auch ein riesiges Volksfest mit zahllosen Ständen und mehr als 300 kostenlosen Live-Konzerten. Kern der Veranstaltung ist aber der Segelsport. Seit Ende des 19. Jahrhunderts messen sich Segelsportler aus aller Welt in der Kieler Förde. Aktuell werden die Sieger in mehr als 20 Bootsklassen ermittelt. Maritimer Höhepunkt ist die traditionelle Windjammerparade am zweiten Sonnabend. Rund 100 Groß- und Traditionssegler nehmen daran teil. Unser nächstes Ziel befindet sich östlich von Kiel. Über eine imposante Brücke fahren wir auf die Insel Fehmarn. Kaum auf Fehmarn angekommen, können wir auch schon in die Golfrunde starten. Der Golfpark Fehmarn liegt sehr reizvoll zwischen Burger Binnensee und Ostsee auf den Wulfener Bergen. Nun, Berge ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Das ADAC-Reisemagazin will im Wulfener Berg das Gegenstück zur Zugspitze, dem höchsten Berg Deutschlands, ausgemacht haben. Laut ADAC ist der Wulfener Berg mit 19,6 Metern der niedrigste Berg in Deutschland. Sei's drum, trotzdem sieht man von fast jedem Tee oder grün die Ostsee, weil das übrige Gelände noch flacher ist. Die Bahnen 3 und 4 verlaufen sogar direkt an der Ostsee entlang. Highlight ist das Inselgrün der Bahn 9, dessen Form Fehmarn nachempfunden ist. Seit 1992 kann man hier Golf spielen, seit 2001 auf 18 Loch. Der Club legt Wert auf eine freundschaftliche Atmosphäre. Sein Motto? Offen, herzlich, ungezwungen, scheint gut anzukommen. Immerhin hat er über 1000 Mitglieder. Auf der anderen Seite der Insel an der Nordküste befindet sich der grüne Brink. Naturschutzgebiet und Vogelparadies in einem. Weit über 100 Vogelarten sind hier zu Hause. Drei Kilometer östlich, der Fährhafen Puttgarten. Ein wichtiger Teil der berühmten Vogelfluglinie zwischen Hamburg und Kopenhagen. Unser nächstes Ziel ist aber nicht Kopenhagen, sondern die alte Hansestadt Lübeck. Wer kennt es nicht? Das Holstentor, Wahrzeichen von Lübeck und bis zur Einführung des Euro schmuckvolle Rückseite des 50-D-Mark-Scheines. Die Stadt an der Trave war im Mittelalter Hauptstadt der Hanse. Die großartigen Backsteingebäude der Altstadt bezeugen, wie reich Lübeck damals war. Wir folgen der Trave ein Stück Fluss abwärts und erreichen nach kurzer Zeit Travemünde. Das ehemalige Fischerdorf an der Ostseemündung ist heute ein Ortsteil von Lübeck und schickes Seebad. Gleich hinter den letzten Häusern von Travemünde beginnt der Golfplatz. Es ist ein sehr variantenreicher Platz, den der Lübeck-Travemünder Golfclub da errichtet hat. Breite Fairways wechseln sich mit parkähnlichen Waldpartien ab. Wasserhindernisse und geschickt platzierte Bunker sorgen für zahlreiche Herausforderungen. Und immer wieder der schöne Blick auf die Ostsee. Die Anlage besteht aus 27 Löchern, aufgeteilt in 3x9 Loch, die frei zum 18 Loch kombiniert werden können. Der Club verzichtet auf Startzeiten. Greenvieh-Spieler können also einfach vorbeikommen und jederzeit loslegen. Üben mit hohem Spaßfaktor auf der Driving Range oberhalb des Brotener Steilufers mit einzigartigem Blick auf die Ostsee. Auf seine Jugendarbeit ist der Club zu Recht stolz. Er wurde dafür schon mehrfach auf Landes- und Bundesebene prämiert. Bis zu 120 Jugendliche spielen im Lübeck-Travemünder Golfclub. Club übrigens mit K, nicht mit C. Damit endet unsere Reise durch Schleswig-Holstein. Ein Land mit vielen erstklassigen Golfplätzen, die Greenvieh-Spielern mit der online buchbaren Golf-Küsten-Card attraktive Vergünstigungen bieten. Club übrigens mit K.